hallo liebe wanderfreunde hallo wir sind heute wieder im spreewald wie soll es auch anders sein schließlich wohnen wir ja im landkreis damel spreewald wir sind jetzt auf dem weg nach lede da werden wir uns aber nicht allzu lange aufhalten das ist immer touristisch sehr überlaufen lede ist ja sicher auch vielen begriff ist so der touristisch bekannteste ort im spreewald neben burg und von da aus geht es dann zur wachowska das ist eine insel mit einer historischen gaststätte darauf der weg dorthin soll sehr schön sein unter anderem geht man da über 17 14 14 brücken nicht sieben der weg von libenau nach lede nur ungefähr anderthalb kilometer hier auf so einem damm entlang bis 1929 war lede nicht auf dem landweg erreichbar sondern nur per kahn erst später hat man in diesem damm aufgeschüttet mittlerweile gibt es auch noch andere verbindungen über land lede gehört zur stadt löbbenau der name lede leitet sich aus dem sorge europäischen leder ab was so viel bedeutet wie unbebauter fleck obwohl lede inzwischen eine straßen anbindung hat sind viele grundstücke auch heute noch nur auf dem wasserweg erreichbar und so erfolgt im sommer die mülle abfuhr und die postzustellung noch per kahn die gesamte dorfanlage steht unter denkmalschutz lede hat nicht einmal 150 einwohner aber jedes jahr kommen über 800.000 besucher hierher hier geht es ins museumsdorf lede eintritt für erwachsene sechs euro das war es uns jetzt nicht wert nur zum film also können wir euch nicht mehr zeigen es ist jetzt früh um 9 da ist hier noch gehende leere mittags steppt hier der bär ab 10 kommen dann glaube ich die kähne aus wibbenau und dann wird sie hier voll alles auf tourismus eingestellt der ist auf dem weg seine gäste abzuholen ist schlecht zu lesen aber da steht suesskanal dran da ist der suesskanal da waren wir eben jetzt geht es von lede wieder anderthalb kilometer zurück nach lübbenau und von dort aus den zu bottschowska wir gehen aber nicht den weg den wir gekommen sind über den kleinen damm sondern wir gehen hier parallel zur einzigen straße die nach lede führt jetzt geht der weg durch den schloss fragt der ist ja schön hier eine schöne anlage so wie vorhin gesagt nach bottschowska muss man über 14 brücken gehen und hier ist nummer eins wir zählen mit und um Musik So, der Weg hier, das heißt Weg am Bürgervlies. Und die Wotschowska, wo wir jetzt hingehen, ist eine Insel mit einer gleichnamigen historischen Gaststätte. Die Gaststätte ist wohl von 1876, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und durch die Insellage ist Wotschowska bis heute nur auf dem Wasserweg oder zu Fuß oder per Rad erreichbar. Da führt keine Straße her. Musik 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 Wir machen jetzt hier eine Bierpause. Musik 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 So, wir sind jetzt auf dem Rückweg von der Wotschowska. Wir müssen den gleichen Weg wieder zurück, weil der mögliche Rundweg Richtung Bob und dann wieder zurück nach Lüvenau. Musik Das wären insgesamt 17 Kilometer unsere Runde, das ist für uns ein bisschen viel. Das wollten wir heute nicht antun. Nein, so sind wir bei 11, 12, reicht. Und den gleichen Weg nochmal zurück zu gehen, ist ja kein Problem, denn der ist wunderschön, den geht man auch gerne zweimal. Musik 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 So, wir sind wieder am Auto in Lübenau. Also Lübenau ist verkehrsdicht nicht sehr gut zu erreichen mit der Bahn und mit dem Auto über die A15 Abfahrt Boblitz. Und hier in der Nähe vom Karnhafen sind auch mehrere Parkplätze, allerdings gebührenpflichtig. Und als ich heute früh kam, war es hier leer und jetzt ist es um 2, rappelvoll. Also jetzt findet man hier keinen freien Parkplatz mehr. Also der frühe Vogel fängt den Wurm. Jedenfalls war das wieder ein sehr schöner Tag hier im Spreewald. Lede, wie gesagt, ist sehr überlaufen, muss man nicht haben. Der Weg zur Watschowska allerdings ist wirklich zu empfehlen. Begegnen ein zwar unterwegs, öfter mal Wanderer, aber das stört ja nicht. Und das verläuft sich so. Radfahrer, Paddler kommen vorbei, aber das verläuft sich. Ja. Und in der Gaststätte selber, die ist ja sehr geräumig, da ist eine Bierpause trotz Publikumsverkehr sehr angenehm. So ist es. Ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause und wir danken euch fürs Dabeisein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Oh, es geht Credit dipped, komm es ja recht zuми. Tschüss. Also hier tschüss. ktion.